Und heute war eine Runde. Was hat's gut? Drei Frechspieler. Und heute gibt's mal eine Runde Fixed. Schauen wir was er für uns übrig hat. Und heute gibt's mal ein Runde. Junge, 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 los neunt. Natürlich nicht. Ach gucke, ein anstandsvolles Bild. Hat er ja gerade noch mal die Kurve gekriegt hier. Dann schauen wir mal hier rein. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Da kriegen wir sie denn noch. Schwache Leistung. Lange nicht gespielt, machen wir mal ein paar Drehungen, mal gucken ob es eine Krone gibt. So muss das aussehen oder so ähnlich. So muss das aussehen. 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 Los geht's da wollen wir rein am besten oben stehen bleiben Könnt er ja sich schon mal langsam bewegen Alter Schwede, kommt ja nicht Pudelmütze hier Boah, ist das dein Ernst ey? Nicht mal drei lumpige Kirschen ey, richtig übel Heftig, Alter, das ging ja fix ey, ohne zu zucken Und eine Runde Clown Bonus, mal gucken ob beim Bonus Kini hier Das war aber noch nicht Und da zurück Das war nicht Das war nicht so dann drehen wir mal hier noch eine runde Sonnzauber, los gehts einmal kaputt, 42 weg so 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 okay Spielwechsel Metamorphosis 4 Euro los gehts dann schau mal sehen wir den flatter Kopf bitte und schau mal den flatter Kopf bitte ja muss ganz bitte so und mal Ah, wo steckt der denn? 100€ schon wieder versenkt Ah, wo ist das? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jawoll! Ahaha! Fiona! Krücken! Sauber! Richtig schick! Das ist ein Rückwunder! Vielen Dank! Aber auch... Da haben wir doch mal wieder alles richtig gemacht! Sehr, sehr schön! So, einmal auszahlen bitte! Dann sind wir durch! Und mal zehn Freispiele! T-Zona! Ahaha! 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 Untertitelung. BR 2018 Hmm, echt mies, würde ich mal so sagen, aber gut. Dann gucken wir nochmal hier rein. Oh, kieferle. Hallo, ist noch ein paar mehr von die Klicken. Ah, toll. Und eine Runde, Mystic Dew. Oh, schon, die erste Verpuffe. Oh, kieferle. Oh, kieferle. Oh, kieferle. Oh, kieferle. Oh, kieferle. Wow, was ein schön Doblap. Es klingelt 80. Hebt er sie noch mal? Jawohl. Sehr schön. Und da verpufft sie. 2,43. Damit können wir leben. Dann drehen wir mal hier eine Runde. 2 Euro Einsatz. Sollen wir mal hier. Das war doch nicht so, was ich hier übel war.